Ich muss mal gesagt werden, ne? Und ihr wisst, wovon ich rede, auch hier sind sehr arme Personen. Aber wie gesagt, ich bin dabei und mir geht's gut. Solange noch ein bisschen Whisky-Weiber-Chatscha da ist, ist immer sehr gut. Ich muss nur irgendwann mal erwachsen werden, aber das hat noch Zeit. So, jetzt kommen wir zu denen, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, mich, aber nicht während Zander singt, hier mal Quatsch, ne? Hey, hallo. So, jetzt kommt er auf die Bühne los. Zack. Hier. Ruf her. Was? Ja, komm mal ruf. Komm mal ruf. Erzähl ich gleich. Na, tu meine Fresse. Kommt jetzt auf die Bühne. Wo sind die Kinder? Habt ihr welche? Kinder frei. Ja, genau. Der Junge hat was vom Vater mitgekriegt. Da kann man drei draus machen. So, pass auf. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Diesmal zu viele Jungs. Wo sind die Mädels? Hä? Ach, Alter. Ach, Alter. Das ist ja was. Zwei. Es waren letztens, es waren mindestens... Guck mal, da ist noch was. Zwei? Komm mal hier, komm mal hier. Hallo. So klein und schön Mädchen. Ist sie richtig? Hallo, wie heißt du? Huola! Und weg von der Flasche! Huola! Huola! Sag mal, bin ich hier Oberlehrer? Wie heißt du denn? Sophia! Huola! 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 Weißt du? Und was willst du mal werden? Vier... Nee, Quatsch jetzt. Nein, Sophia, pass auf. Stell dich mal zu deiner Freundin. Ja, du. Hast du eine Schwester irgendwo? Nicht zu den Jungs! Fui, Baba! Nixi gut! Soll ich jetzt alle kurzer Zeit erzählen, was passieren wird irgendwann? So Jungs, hört auf! Mann! So, pass auf! Ich weiß, das ist nicht so... Das ist uncool, dieser Tanz, ja? Aber er ist kult. Und passt mal ein bisschen auf auf eure Eltern da, die können den Tanz. Und der gehört zu mir wie der Name an der Tür. Und zwar der Endentanz, ja? Prost! Von mir Krass! Ich bin doch lange IN! Das ist ganz schnell! Das geht... Pass mal auf. Das geht so. Die guckt mich an, die Stimmen von 17 und Pass auf! Es geht so! SCHNALALALALA SCHNALALALALA SCHLALALALALA Schutz, Menschen, ja? Sha! Und ich will mitbekommen! Das ist kult! Just kult. Und ich albern! Also klar! Na ja, es klappt. Was geht los? Bitte schön, Herr Kappel mal, es sei jetzt. Achtung!